Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung, ganz die Mama. Hier trägt Leni Klum Heides altes Abendkleid. Leni Klum tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Heidi, 48. Die 18-Jährige legte Ende 2020 einen Raketenstart ins Model-Business hin. Gemeinsam mit der ehemaligen Victoria's Secret Beauty hat der Teenie das Cover des Modemagazins wo geziert. Daraufhin folgten große Shooting- und Laufstegjobs. Jetzt eifert die Jugendliche ihrer Mama auch in Sachen Fashion nach, Leni schlüpfte nämlich kurzerhand in eines von Heides Kleidern und zwar für ein ganz besonderes Event. Auf Instagram teilte Leni jetzt eine ganze Reihe von Fotos, auf denen sie in Heides edler Robe für die Kamera posiert. Auf den Schnappschüssen trägt die Beauty das trägerlose schwarze Abendkleid aus fließendem Satin. Dazu kombinierte sie eine filigrane Halskette und eine mit Glitzersteinen besetzte Handtasche. Abschlussball in Mamas Kleid, schrieb die 18-Jährige stolz. Dass sich Leni am Tag ihres Abschlussballs für Heides Kleid entschied, freute die Familienmutter wohl besonders. Sie kommentierte den Netzbeitrag mit einem verliebten Emoji. Heidi hatte das Satin-Kleid 1998 zu einer Comedy-Veranstaltung getragen. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.